Christkindl, Christkindl, mach das Türchen auf! So, da sollte da hinten an einem Kalender irgendwas passieren. Nicht schon passiert, der 1. Dezember. So ein Zufall, da steht die komplette Firma beim Ehreheber hier. Aus der Dachau Altstadt. Dann will ich jetzt mal kurz das Mikro geben, damit ich es Gott sagen kann. Und mal kurz erklärt... Wer ist dran? Warte mal. So, der Chef ist dran. Also, ich soll das machen. Also, Kalenderie, im Herzen der Altstadt. Da oben sieht man es an dem Logo. Tolles italienisches Freikost-Geschäft. Es gibt die besten Weine, Ulle, Balsanico, Freikostwaren. Man kann auch sportlich sich beträglichen, wenn man mal vorbeischaut und mit dem Chef selber spricht. Man kann vor allem auch dort voll essen. Es gibt immer einen Mittagstisch. Es ist jeden Tag geöffnet, außer Sonntags. Und das Wichtigste, was Sie jetzt wissen müssen, vor allem sind auch alle Männer. Der 24. Dezember ist gar kein Montag. Da neigt der Mann dazu, noch gerne Geschenke kaufen zu müssen. Palnerie hat offen. Sie können bis wieviel Uhr? Bis 14 Uhr. Also bis 13.59 Uhr. Kriegen Sie gar noch so richtig geile Geschenkwärme. Oder Flaschtweine oder Bullscheine vor allem auch. Irgendwas dergleichen. Können Sie herrichten lassen. Aber trotzdem wäre es natürlich entspannter, wenn man das jetzt vielleicht schon nächste Woche macht. Da haben wir wieder Stress. Auf jeden Fall ein Geheimtipp in der Anstatt. Ich glaube, das ist toll. Vielen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Wir schauen jetzt, dass wir die Blumen auch erreichen. Sie können ab sofort wieder lose kaufen. Die Geld bedankt für den Morgen. Wir werden dir mit dem Und wir brauchen das.